Also der Burger, der fändet sich auch insofern, dass man halt auch den Gartrat sehen kann. Also nachher werden wir es noch sehen, dass man halt, wenn er dann den richtigen Gartrat hat, ist dann bei den Mediumsraten, dann ist dann auch noch ein bisschen Saft, kann nicht Saft, aber es ist halt ein Brot gefährd, Außenbürger raus. Und der Karamellisierungseffekt, der hier noch in der Pfanne eine Rolle spielt, ist natürlich auch für die Sensorik geeignet, also positiv quasi. Gut, wenn wir zu mir lächeln gehen. Danke. 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 Danke.